Na ja, da steht jetzt da doof rum. Das sehen die uns, wenn ich das mache. Scheiße. Haken wir. Ganz ruhig. Ja, das war nicht gut. Das war zu ruhig, Beam. Na komm, fall um. Da hätten wir Deckung. Wir tauschen das Ding mal eben aus. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo bist du denn? Ich sehe ihn nicht. Aber den einen Typen habe ich ja ausgeschaltet. Ist da schon mal was? Ist noch ein Lattenzaun. Komm schon, wo steckst du? Komm schon, Mann. Es gibt zwei Möglichkeiten. Jetzt geht er hier lang. Ich würde ihn gerne von hinten greifen. So. Ich hätte so einfach vorbeilaufen lassen können, aber was soll ich meinen? Vielleicht kriege ich ja ein bisschen Sachen von denen. Und das sind ja halt Krakander, die gehören ja zu den anderen Typen. Also warum nicht? So, sorry. Aber das war's. So. Ne, haben aber leider nichts fallen lassen. Aber meinen Pfeil kriegt jeder. Wunderbar. Ja. Auf jeden Fall werden wir gleich für eine Gasmaske brauchen. So wie es anders sieht. Brauchen wir nicht. So, hier ist auch nirgendwo mehr was, ne? Hm. So gut. Gehen wir mal hier weiter. Na komm, Ellie. Oh, das ging ja schnell. Zur Brücke ist es noch weit. Wir schaffen das. Wow, wie seltsam. Ein Kontrollpunkt ohne Soldaten. So sehen die meisten Zonen aus. Der Ort wurde schon vor langer Zeit verlassen. Hm. Hm. Ist recht krass. So durch hier. Ich habe Hunter. Wissen wir nicht. Ja, ich auch. Sei einfach leise, solange wir noch hier sind. Okay? Scheiße. Neuer Anführer. Der gleiche Scheiß. Das ist ein Treue. Ja, er sagt, jetzt wo genug Leute auf die Ausgänge aufpassen, können wir uns ausweiten. Und was genau wird uns das bringen? Ich weiß nicht. Vielleicht finden wir Treibstoff für die Generatoren. Ich will einen alten Projektor reparieren. Filme anschauen oder so. Das wird nie passieren. Ich habe das Expansionsgeschwätz schon oft gehört. Und wenn wir es versuchen, werden verdammt viele von uns getötet. Ich will denen erstmal zuhören. Ach, wer weiß. Vielleicht läuft es anders. Freu dich nicht zu früh darauf, Kleiner. So lebst du länger. Jetzt habe ich noch zwei erwischt, ne? Ne, ich habe alle drei erwischt. Alles klar. So lebst du länger, oder auch nicht? Scheiße. Fuck. Nein. Wieder verkackt, Leute. Mal wieder verkackt, Leute. Aber ich sehe sie schon wieder nicht. Fuck. Wo denn, wo denn? Hier. Hey, Arschloch! Scheiße. Ganz ruhig. Ist der da unten? Ja, der ist da unten. Na, jetzt mit dem Bogen zu arbeiten. Ist nicht so clever. Ich mach mal auf Revolver zurück. Ah, scheiße. Na komm. Wir hatten Kackhelm auf, Leute. Greifen. Ah, ich hätte vielleicht doch schleichen sollen. Ist ja vielleicht besser gewesen. Ist ja noch Muni. Hm. Hier sind irgendwo noch welche. Da. So. Ist auch noch Muni. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da hinten? Da. 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 Das Fenster. Was ist denn? Da. 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 Hier drüben! Jetzt greifen. Greifen! Okay, ist auch okay. Ich muss echt mal ein Medikid nehmen, Leute. Hätten wir. Cool, sind wieder voll. Nice. Da ist noch einer. Weg mit dir. So. Oh Mann! Oh Mann! Scheiße! Okay, hätten wir. Oh Mann! Weiß ich nicht wie viele hier noch sind, aber da sind glaube ich immer noch welche. Seine Ruhe hatten wir ja nicht wirklich. So, hier ist nichts mehr. Doch, hier ist noch was dann. Boah, ist das euer Ernst? Oh Mann! Oh Mann! Ich habe mich gemerkt, Karen. Okay, der hat uns gerade gesehen. Ich glaube, die sind alle da oben, Leute. Okay, wir werden mal noch hochgehen, schnell da noch aufräumen. Im Anschluss werde ich ja noch fix alles durchsuchen. Da habe ich wenigstens meine Ruhe. Das nervt jetzt hier gerade ein bisserl. Also machen wir das mal. Mhm. Mhm. Und? Hat nichts. Weitersuchen. Gut, das sind jetzt noch einige. Flasche ist voll. Dreht er sich jetzt um? Nee. Das war knapp gewesen. Na komm. Na komm, na komm, na komm. So. Oh nein, ich wollte ihn greifen. Scheiße. So hätten wir. Komm schon! Hey, ihr geht außen rum. Hier drüben! Ah, der hat einen Helm auf, oder? Steht jetzt wieder auf. Na komm, her mit dir. Flackieren! Ach, beam, beam, beam. Na gut, haben wir mal wieder ein bisserl Action. Das sage ich, glaube ich, jedes Mal. So, mit dir auch noch. Na? Alter! Der hat er gut eingesteckt auf jeden Fall. So. Ich glaube, das war's, oder? Nein, das war's noch nicht. Okay. Wo sind wir? Hören wir den Stein eben. Wo bist du? Das war verdammt knapp. An den Rand des Universums und zurück. Ertragen und überleben. Wie bitte? Sam Starlight. Der Comic, den ich gelesen habe? Das sagt der Held nach einer großen Schlacht. Kämpfen und leben. Ja. Okay. Okay. Ich konnte den Comic leider nicht lesen. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt hier weggehauen haben, aber es war bestimmt um die 20 gewesen oder so. Aber ich sag mal so, wozu hat man denn so ein geiles Kampfsystem, wenn man es nicht auch nutzt, ne? Ganz ehrlich. Mir macht das Kammeln hier so viel Spaß, ähm. Dann passt das schon. So, ich will jetzt aber unten mal gucken, ob wir noch irgendwas finden. Hm. Wie viele Bücher. Ich hab jetzt mehr Kackenlutzer. Du liest also gern, hm? Hm. Wenn ich mich vorhandene Riefe zu finden bin, also? Ja. Dann lese ich gern. Hm. Guck mal, wir hätten auch hier außen einfach angehen können. Hier ist noch was. So gut. Die Frage ist wirklich jetzt jetzt weiter. Alter. Ich hatte eben schon ein Auto raus und geguckt. Da war ja nichts gewesen. Also muss das doch hier irgendwo sein. Ich hätte auch wieder Exit. Alles klar. Hier geht's lang. Okay. Okay. Sehr gut. Also. Mal wieder unten was. Hier. Also übersieht man aber echt schnell sowas. Das ist heftig. Okay. Was ist da? Mann. Es ist doch verrückt Soldaten aufzuhängen. Wenn Leute verzweifelt genug sind, sind sie zu fast allem bereit. Die Leute, die protestierten, sind das die, die uns attackieren? Ich glaube schon. Hm. Naja. Was halt so eine Welt aus einem halt macht. Mal sehen, wo sie hinführt. Da bleibt wahrscheinlich bei den meisten nichts mehr Gutes übrig. Ich finde das ja auch mal bei Walking Dead immer sehr sehr cool umgesetzt. Jetzt geht's nicht lang. Aber wir können jetzt. Ah, okay. Wir können ja rüber springen einfach. Pass gut auf, wenn du springst. Sehr gut, Ellie. Also ich muss mal eben gucken, wie ich ihn nachladen. Vermögen, wenn du das mal wieder mit ihm rauskommst. Wollen wir das mal wieder voll? Ein bisschen Muni haben wir ja bekommen. Andi, schrull überhalten wir jetzt erstmal. Hm. Runter, 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 runter. Da sind noch mehr. Los, schnell mit der Flanke. Okay. Hauen wir ab. Okay. Sie haben uns nicht gesehen. Da ist die Brücke. Wir sind jetzt näher dran. Glaub ich. Dann weiter so. Na komm. Auf dem Schild ist die aber durchgestrichen. Hm. Ich schaff den Sprung nicht. Wenn du mir rauf hilfst, kann ich das Brett bewegen. Okay. Wo ist denn das Brett gewesen? Brett, 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 Brett. Brett. Wo ist hier ein Brett? Da ist das Brett. Was ist denn das Brett? Okay. Jetzt wird's taugen. dann muss es ja hier irgendwo sein. Moment mal eben, ich gucke mal ganz schnell. Wie wir noch was aussammeln können. Tatsache. Und dann gucke ich mal nach dem Floßding. Ach ja, Ellie, wenn wir schwimmen können, das wäre alles so viel Leiste. Können wir ja schwimmen beibringen. Also schnell geht das wohl nicht. Hier war nur irgendwo was. Ah ne, eine Flasche nur, alles klar. Ist auch ein Brett. Kann man aber nicht aufheben. So, Floßding. Ja, ich würde es gerne so entdecken, da hinten ist es. Ohne L3. Ja, 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 ich habe es schon gesehen. Scheiße. Das ist unangenehm. Ich habe das jetzt leider nicht gesehen, aber das klang auch wie ein Mädchen. Was war das denn gerade? Steig auf. Wir gehen durchs Hotel. Oh, okay. Wo ist denn das Hotel? Oh, langsam. Ich gebe mir Mühe. Hotel, Hotel, Hotel. Und muss ich da lang, wo ich eben war. Wahrscheinlich, ne? Ja, ich gehe mal davon aus. Ah, nee, hier ist das Hotel. Weißt du? Da steht halt durchs Hotel. Ich bin zu schwer. Gut gemacht, Ellie. Okay, wir müssen jetzt hier rüber. Und da ist, da ist da. Du bist ischeier. Du bist her. Und da ist es?